Nach ihm, der Dritte, hat seine Geschichte erzählt, dass er gesagt hat, ich hatte mal ein paar Leute, die bei mir gearbeitet haben. Sagen wir mal, er ist ein Großgrundbesitzer und hatte ein paar Leute, die für ihn, so wie heutzutage Erntehelfer, also Leute, die bei ihm gearbeitet haben. Und als dann die Ernte vorbei war oder das, was er gemacht hat, vorbei war, hat er jedem sein Haq gegeben. Jeden hat er ausbezahlt sozusagen, außer eine Person. Diese eine Person hat gesagt, lass es bei dir. Also lass dieses, das Geld sozusagen oder lass das, was du mir geben wolltest, bei dir. Und ist dann einfach gegangen. Er hat sein Haq nicht genommen. Was hat dann dieser Mann gemacht, unser Freund hier aus der Geschichte? Er hat dieses Geld genommen und es investiert und es wurde immer mehr, es ist gewachsen. Bis dann eines Tages aus diesem kleinen Geld oder aus diesem kleinen Vermögen, was eigentlich das Haq von dieser Person war, eine große Herde geworden ist. Mit Kühen, Schafen und Ziegen und was auch immer, eine große, wertvolle Herde. Und jeder von euch weiß wahrscheinlich, was eine Kuh kostet, was ein Schaf kostet. Wenn man davon eine ganze Herde hat, dann ist das ein großes Vermögen. Dann kam irgendwann der Mann zurück, weil er Geld gebraucht hat, weil er sein Haq holen wollte, was auch immer. Hat gesagt, gib mir bitte mein Haq von damals. Dann hat er ihm gesagt, alle diese Sachen, dieses ganze Tal voll mit Tieren, diese ganze Herde ist ein Haq. Dann hat er ihm gesagt, mach dich nicht über mich lustig. Wenn du mir mein Geld nicht geben willst, sozusagen, dann gib es mir nicht. Aber du mich nicht, sozusagen, dich über mich lustig machen, mich reinlegen, mich erniedrigen mit solchen Sachen. Dann, sozusagen, er meint, ich habe hier zum Beispiel dir 100 Euro gelassen und du sagst mir, nimm 100.000 Euro. So, als würde er ihn in das Licht führen wollen oder übers Ohr hauen wollen oder sich über ihn lustig machen wollen, die Leute zum Beispiel zum Lachen bringen. Dann hat er gesagt, nein, das alles ist dein Haq. Ich habe dein Geld investiert und das ist daraus geworden und das alles gehört dir. Dann hat dieser Mann alles genommen und ist gegangen. Natürlich, ihr müsst euch vorstellen, ein Erntehelfer, zum Beispiel wie hier in Deutschland, kommen manche Erntehelfer aus östlicheren Ländern, die dann für wie viel 30 Euro am Tag, 40 Euro am Tag arbeiten. Wenn er dann nochmal kommt, um seine 30, 40 Euro abzuholen und dann sagt man ihm, hier hast du 30.000 Euro, dann ist das eine sehr gewaltige Sache. Und diese Person, in diesem Fall, hätte ihm auch einfach sein damaliges Haq geben können. Er hat gesagt, okay, du hast bei mir 50 Euro gelassen, hier hast du deine 50 Euro. Aber er hat für ihn diese 50 Euro investiert und hat ihm dann alle diese Sachen gegeben, alle diese komplette Herde. So sagte der Mann, wenn du weißt, dass ich das für dein Angesicht getan habe, dann hilf uns aus dieser Notsituation. Dann hat sich der Fels noch mehr bewegt, sodass die drei rausspazieren konnten. Hier sagen wir, dass diese Person die Amäne, das was ihm anvertraut wurde, gewahrt hat, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es befohlen hat. Und noch mehr. Also er hat nicht nur diese Amäne von zum Beispiel 50 Euro mit Inflation, sagen wir 100 Euro, aufbewahrt für ihn, sondern er hat ihm die ganze Herde gegeben. Und wie der Prophet, a.s.w. sagt, dass der Beste unter uns derjenige ist, der der Beste ist, wenn er seinen Dein, seinen Darlehen zurückgibt. Das heißt beispielsweise, er hat mir 100 Euro geliehen, bis zum 1.12. Dann komme ich schon am 29.11. zum Beispiel oder am 15. Hier Bruder, ich habe das Geld jetzt, ich brauche es nicht mehr, hier hast du dein Geld. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Oder andererseits, ich komme zum Zeitpunkt und sage, hier hast du 120 Euro, du hast mir wirklich sehr geholfen und so weiter. Das heißt, derjenige, der am besten sein Darlehen zurückgibt, der am besten das, was er sich geliehen hat, seine Laie zurückgibt, der gehört zu den Besten der Gläubigen. Untertitelung des ZDF. Ja, da geht man